Lichtgeschwindigkeit. Guten Tag, liebe ausländische und inländische Besucher der CeBIT in Hannover. Hier ist die benutzerfreundliche Lichtgeschwindigkeit, die tägliche Chronik der Weltgeschichte und auch der kleinen Dinge im Vorgarten, Globus mit Vorgarten. Hier ist nach dem Sherry Sherry Lady und der Share Economy, dem Stichwort der CeBIT, großen IT-Messe, folgende Kritik von mir. Die sind nicht imstande, so wichtige Dinge zu berichten, dass heute auf den Tageszeitungen die Welt, Axel Springer Verlag, Mittwoch 6, 6. März heute, die Taz aus Berlin, Mittwoch 6. März, oder das neue Deutschland, China will anders wachsen, oder auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 6. März ist das schon, Beinfreiheit von Quo Vadis, wohin gehst du her, als Petrus die Stadtgrenze verließ und er begegnete dem Herrn, wohin gehst du, und dann sagt er nach Rom, gut, und dann ist er dort gestorben und Quo Vadis Domine ohne CeBIT. Das ist hier meine Kritik. Und nun also mein Ratgeber, wer für Sherry Sherry Lady etwas übrig hat, der wird vielleicht auch Interesse an Lady Sharing haben. Und da habe ich den Tipp, wenn man vom Messegelände der Deutschen Messe AG in Hannover, Larsen, fährt, die haben ja mehrere Ausfalltore, und man wählt das Tor in Richtung Autobahn, Hamburg, Kassel, A7, dann fährt man in die Hinweisschilder, die blauen Schilder nach Bundesautobahn Richtung Sehende, und vor der Autobahn, vielleicht anderthalb Kilometer, sind recht so Halteplätze, und da stehen die Ladies, die haben dann auch einen Camper oder einen Wohnwagen oder sowas dabei, und da kann man dann Lady Sharing machen, günstig, entspannend und sozusagen IT bewährt. Das ist hier mein Hinweis. Lady Sharing vor der Autobahn von der Hannover Messe Richtung Hamburg oder Kassel, man kann auch sagen Berlin und München. Lady Sharing auf der Messestraße nach Sehende in Hannover, viel Spaß, danke für den Aufruf Lichtgeschwindigkeit 3011.